hallo hallo heute gibt es ein unboxing video von der neuen apple watch hier außen sehen wir mal ganz schnell die versand verpackung die unten seine lasche hat darin sollte sich befinden jawohl die original verpackung die apple verpackung drinnen ist super cool die rechteckige verpackung ein apple watch series one das 38 mm modell hier oben ist toll zu sehen eingeprägt das apple logo und watch ist noch eine kleine lasche okay das kann man rausziehen designed by apple in california perfekt so hier oben kann man nach oben rausnehmen sehr cool da haben wir das modell kunststoff greift sich sehr hochwertig an sehr fest das gewicht ist recht angenehm 38 modell naja wirkt natürlich auf einer männerhand sehr zierlich wollte es aber eigentlich gar nicht größer sehr gut dann hier in der kleinen verpackung ebenfalls zum rausziehen ist noch beschreibung dabei zum laden und so weiter und dann natürlich auch unten sehr gut das ersatz abendband die kürzere version nein die längere version ist hier drinnen und das stock zum aufladen der apple watch ok so weit mal das unboxing video alles weitere kommt noch in diesem sinne bleibt kreativ bis zum nächsten mal ciao und